Hier sehen Sie das Rio Kaya Palazzo, vom Steg, vom tollen Pool aus. Hier ist die Beach Bar im Sommer. Wir haben heute traumhaft schönes Wetter, gefühlte 20 Grad, nicht ganz, es ist aber 15, 16, 17 Grad. Für deutsche Verhältnisse traumhaft schön. Hier nebendran seht ihr das Rio Kaya, das ist auch ein sehr schönes, hat aber nur 4 Sterne und das hier hat 5 Sterne.